Ich darf Ihnen hier eine wirklich hübsch sanierte 3-Zimmer-Altbauwohnung zeigen. Wir befinden uns hier in der Küche mit Ausblick in den ruhigen und vor allem sehr grünen Innenhof. Als nächstes zeige ich Ihnen das Wohnzimmer. Typisch für den Altbau ist es wirklich sehr groß und obwohl es straßenseitig liegt, hört man, dass es aufgrund der Schallschutzfenster wirklich ruhig in der Wohnung ist. Es gibt eine zweite Tür, die man in den zweiten Raum durchgehen könnte. Auch hier wieder ein Fenster in den Innenhof und abschließend zeige ich Ihnen das letzte der 3-Zimmer, von dem man auf einem kleinen herzigen Balkon auch wieder in den Innenhof orientiert kommt. Die Wohnung ist bereits bezugsfertig und kann jederzeit besichtigt werden. Abschließend befinden wir uns wieder im Vorraum, in dem man in das Badezimmer gelangt. ein paar Tage, die haben wir sehr gut angeht . Ah, sieht gut aus. Aber das ist die nächste Zeit.